Dann lade ich jetzt das Material aus! Müssen wir nicht zuerst über den Preis reden? Freunde! Nach allem, was ihr für mich und meine Brüder getan habt, geht die erste Ladung auf Kosten des Hauses! Ich glaube, dies ist der Wind einer Wagenhaftschaft. Keeper! Jetzt nimmt er gute Tratschloch. Fragt euch wahrscheinlich immer, warum er für den Tratschloch ist. Einfach, weil ich ihn so nenne. Ich mag diesen Namen. Ähm... Ähh... Ähm... Ähm... Wobei ihr seid, ihr gerade am rumstehen. Ich weiß, dass ich gerade wieder Frame-Einbruch hier habe. Ich hoffe, das stört nicht. Muss ich mir die Aufnahme später mal anschauen. Der Weg ist das zähl. Der Weg ist das zähl. Gedeihen, um geheilt zu werden. Ich habe hier jetzt einen Gatling-Schützen bekommen. Wenn sie die Nester nah beieinander platzieren, können die die Lophosaurier auf stärkere Angreifer überwältigen. So. 50 Schäden, okay. Ich brauche schon mal zwei Drachen-Panzer. Macht euch vorbei. Platz da. Die Kerle haben sich anscheinend schon überall festgesessen. Wir sind ihre Basen auf- und aussch- Was? Der Turm des Ortes ist gebaust. Na, alles klar. Platz da. Die Lophosaurier, die sind zwar überall und so. Aber ich glaube, die werden jetzt wahrscheinlich nicht so gestern anfangs nicht so super aus- äh, oder, ja, umgreifen können oder so. Ich glaube, ich wollte ausschalten, muss ich sagen. Ich bin mir sicher, meine Lieblinge werden den Seas eine gelungene Überraschung bereiten. Bestimmt. Dieses genau vom Erzruiden, das mag ich. Habe ich aber, glaube ich, schon vorhin gesagt. Das sage ich auch immer so. Persönlich. Und ja, wirklich, das sage ich immer. Oh, so. Genau. Was ist zu tun? Boah, ich könnte auch ab und zu mal dieses provokante verstehe. Das ist vielleicht der ein oder andere, äh, kennt oder noch kennt. Vielleicht. Ich weiß doch gerade gar nicht. So, das kommt aus Gutik 2. Sollte es wahrscheinlich zu einigen. Ah, ja, na, das war ja das. Werden wir so bestimmt sagen. Weg ist das Ziel. Gebäudefertigungs-Turm. Tratsch-Loft, du bleibst da. Du bist da, damit du dann hier so baut kannst. Nicht, dass er dich dann einschließt und ich dich dann töten müsste. Das will ich nicht. Da muss mir keiner. Ich schicke die schon mal nach hinten. Oh. Jawohl, ausgezeichnet. Was gibt's zu tun? Nikolai Tratsch-Loft. Ich schweige und gehorche. Zu diensten. Oh, die Sordes-Türme. Das Lof ist natürlich da unten und schließt erst mal. Wie sieht's aus. Die Turmes sind schiefe, die ziue, die ziue. Schießen so die ganze Zeit die ganzen die Lofosaure, da ist er vorhin dran. ssssssssss. Versuch, uns zu zerfleischen. Laufen, hrw, 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 hrw.. Was für ein Spaß. Ich geh vor. Ich geh vor. Okay. Eigentlich stimmt, ich brauch mal eine Bambusfarbe. Ich schweige und gehorche. Euer Befehl. Ach, die können ja gar nichts machen. Zu Diensten. Einfach weil die Bambusfarben, äh. Nicht weil die Bambusfarben, sondern einfach... Weil hier... Dingens. Nicht einfach, äh... Nicht genug Großstoffe habe. Was sag ich hier? Was sag ich auch hier? Einfach das Lager voll ist meinetje. Das soll ich sagen. Bauf um uns an sich Stein. Steinmangel vom Feinsten. Die meisten Leute lieben wahrscheinlich so meine Redensart, wenn man hier sagen, so voll behindert. Voll behindert ist Spastel. Es gibt bestimmt so Leute, die das behaupten. Nächste Aufgabe. Nächste Aufgabe. Was geht's zu? Aber ja. Wie jetzt der Tasseloff da so läuft, sind die Folgen Tasseloff auch noch. Ich will kämpfen. Greif ich die mal an. Tasseloff greif die mal an. Ach ja genau, die haben 200 Leben. Okay. Töte sie mit deinem Schraubenschlüssel. Wie die dadurch auslaufen. Das Lauf tötet sie mit deinem Schraubenschlüssel. Oh, warte hier. Ich geh vor. Ich geh vor. Ich habe noch... Und damit ist Lust, ich werde hier nicht den Schirtenplatz mit einem Helden belegen, den ich werde mir noch was anderes tun und auf jeden Fall haben kann. Aber er ist dazu gegeben. Und ich weiß, dass ich ab und zu mal so... Oder dass man es ab und zu doch hört, dass ich so ein bisschen krank bin und vielleicht... So in diesem... Nach-Stadium oder so. Nenn ich's jetzt mal. Ich hab noch 22 Minuten... ...bis der Angriff ist... ...verfolgt. Ich greif schon mal ohne Fehler an. Wenn ich wo angreifen kann. Dann... Auf dem Weg. Erst da oben ist er weg. Wo sind sie? Ach die Stehende daran. oh ja. Okay das hat schon... Probier mal was ich mir auch欺en würde. 2 Gätlingsschild. Geht's los? Ich geh vor. Dalan, kommt. Ich geh vor. Geht's los? Yippie, yeah! Ja, bitte. Ich bin ganz geladen. Wo überlebt? Ich zieh, ich zieh. Ja, bitte. Mösser, meldet sich! Macht euch bereit. Mösser, meldet sich! Matsler, Dalan, kommt. Auf dem Weg. Ach, egal. Ich hab's, also. Oder halt Ring gegen Beschuss. Lasst uns kämpfen. Ich mag das. Sie dürfen nicht entkommen. Hey Leute, die Nordmänner kommen uns zu Hilfe. Gemeinsam können wir die Seas schlagen. Schnappen wir sie uns. Ich schweige und gehorche. Zu Diensten. Weil ich diese Action nicht verfolgen kann. Soll ich das sehen, wer so Tank spielt und wer was macht. Sie dürfen nicht entkommen. Oha, sie haben so einen Stufe 5 Berserker und er macht 110 Schaden. Macht mehr Schaden als Code. Aber er hat auch bloß 2300 Leben und keine 5500 mit Artefax. Endlich, Action! Ah ja. Sieh's, ob das ist. Oh. Na, das war doch mal richtig, nackt. Es ist ein gutes Gefühl, wieder Seite an Seite mit euch zu kämpfen. Das selbe Gefühl habe ich auch immer, wenn ich Seite an Seite mit anderen Leuten kämpfe. Endlich, endlich! Dann habe ich auch immer so ein gutes Gefühl. Wo wollen die bitte? Ach, die wollen da oben angreifen. Na ja. Da muss aber auch was sein, oder? Aber wie komme ich da hin? Da ist bestimmt das Nest und dann wollen die da so hin, um das Nest zu zerstören. Platz da! Rock'n'Roll! Und los! Und los! Ich ziehe es aus auf Posten 2. Auf dem Weg! Und auf die 9. Und auf die, äh, 9. Figure 9. Da habe ich da schon wieder. Aber ich glaube, das macht... ...aus, dass mich... ...gut... ...dass ich ab und zu einfach mal irgendwelche Scheiße labre. Von der ich nicht mal selber weiß, was ich da fahre. Ich sitze ja auch gerade. Sehen Sie, wie gehen Sie dran? Oh oh! Weg, 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 weg! Auf dem Weg! Sie dürfen nicht entkommen! Vorwärts! Geht's los? Geht's los? Geht's los? Ich mag das! Macht euch bereit! Und los! Du ... Rack'n' roll! Was für Aas! Facette! System! Lass uns Camp! Ich stehe in Olgarsch. Meine Naturgeister stehen uns bei. Ich glaube. Auf dem Weg. Sie dürfen nicht entkommen. Yippie! Ja! Ja, das war. Ja, das war. Ich bin doch nicht bescheuert. Was wollten wir denn? Überraschung! Nichts aufgaben. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich bin doch nicht bescheuert. Yippie! Ja! So, das war's. Wir haben alle Vorposten ausgeschaltet. Endlich Zeit zum Durchatmen. Platz da! Ich geh vor! Kommt! 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 Ich glaube da. Ich versuche die Panzer nach da oben zu kommen. Da es hier keine Lufteinheit gibt oder so. Gibt es auch nichts, womit ich die hochbringen könnte. Ich weiß, dass die Panzer ausgewählt sind. Warte, komm mal weg. Können ja mal versuchen da hoch zu gehen. Panzer schießen wir das Tor kaputt. Ich gehe vor. Hä, wie können die denn da bitte runter? Oder ich da hoch? Geht's los? Komisch. Wollte man im Spiel einen Punkt einbauen, den man einfach... Aaaaah. Okay. Tasseloft, du kannst keinen Hafen bauen, oder? Nö, der Hafen ist in der Mission nicht verfügbar. Man muss da irgendwo hinkommen, auf jeden Fall. Sonst wäre das Ding ja nicht da. Da sind die Ressourcen, die mir geliefert wurden.